Bevor wir in der Geometrie so ganz toll unsere schöne Erde vermessen können, müssen wir uns leider erst einmal wieder ein paar Sprachkenntnisse aneignen. Heute geht es jetzt hier um Winkel. Ich würde dich mal bitten, stell dir mal vor, ich habe hier so einen Strahl. So ein Strahl hat ja immer einen Anfangspunkt, ich nenne den jetzt mal hier A. Dann geht er durch einen anderen Punkt, den können wir zum Beispiel hier B nennen, unendlich weiter in die unendlichen Weiten der Welt. Und wir können sagen, das ist der Strahl klein a oder wir können den Strahl auch nennen nach seinen Punkten a, b, damit es so einen Strich drüber und so einen Anfangstrich markiert. Also das ist mein erster Strahl. Jetzt nehme ich mal einfach noch einen zweiten Strahl. So und der zweite Strahl hat jetzt hier auch einen Anfangspunkt, der ist ja hier ganz schön auf der gleichen Ecke. Also sagen wir mal, hier der Punkt heißt dann c und geht meinetwegen hier durch einen Punkt, den nennen wir d. Dann können wir den Strahl vielleicht klein c nennen oder vielleicht nach seinen Punkten, also c, d. Und dann müssen wir markieren mit so einer Linie und einem Anfangstrich, dass es sich um einen Strahl handelt. So, was ist jetzt passiert? Wir sehen jetzt wie gesagt, dass diese beiden Strahlen hier einen gemeinsamen Startpunkt haben. Die gehen hier beide von der gleichen Stelle los. Und wenn sowas passiert, dann kriegen wir einen Winkel. Das hier bildet einen Winkel. Und ich könnte mal jetzt hier schon mal anfangen und sagen, wenn so zwei Strahlen hier einen gemeinsamen Anfangspunkt haben, dann nennen wir den S, großes S. S steht hier für Scheitel. Man kann auch sagen Scheitelpunkt. Und man kann sich das ganz gut merken, weil S ist ja auch sozusagen der gemeinsame Startpunkt. Also wir haben hier den Startpunkt für den Strahl A und den Startpunkt für den Strahl C. Und zusammen hier liegt also dann hier der Scheitelpunkt S. Das ist schon mal alles schön. Jetzt wollen wir über diesen Winkel sprechen und haben ihn aber irgendwie gar nicht bezeichnet hier. Und da gibt es jetzt also verschiedene Möglichkeiten und zwar drei verschiedene Möglichkeiten. Ich erzähle dir erstmal meine Lieblingswinkelbezeichnung. Da malt man sich hier einfach so eine gebogene Linie ein. Und dann kommt hier in dieses Feld ein kleiner griechischer Buchstabe. Also wir bezeichnen Winkel mit kleinen griechischen Buchstaben. Ich nehme hier mal Alpha. Alpha hast du bestimmt schon mal gehört. Da gibt es ja diesen Animationsfilm Alpha und Omega. Man sagt ja auch Anfang und Ende Alpha und Omega. Und was hier also Alpha bedeutet, ich schreibe es nochmal hin, Alpha, ist der erste griechische Buchstabe. Und wir bezeichnen diesen ja mit A, unser lateinischer Buchstabe. Geht zurück auf das griechische Alphabet hier. Und der zweite in der Reihe ist Beta. Der sieht aus wie unser Eszett, so ein bisschen finde ich. Beta. Und das entspricht unserem kleinen B. Der nächste ist Gamma. Gamma entspricht unserem ABC. Genau. Und dann kommt Delta. Das kann ich immer nicht so schön malen. Delta ist wie so unser D. Delta ist unser kleines D. Und dann kommt noch ein weiterer hier in meiner kleinen Liste. Sieht aus wie ein E. Genau. Und das heißt Epsilon. Epsilon. Okay. Und jetzt sind es also 1, 2, 3, 4, 5 kleine griechische Buchstaben, die du schon mal merken kannst. Und im Laufe deiner Matheausbildung, da lernst du so ungefähr 14 oder 15, denke ich mal, mit Sicherheit, von den insgesamt 24 griechischen Buchstaben. Okay. Das ist also die erste Möglichkeit. Und ich finde die schnell. Also du machst einfach so einen Kringel hier und schreibst einen griechischen Buchstaben rein und hast wunderbar deinen Winkel definiert. Die zweite Möglichkeit, du kannst diesen Winkel anhand der Punkte benennen. Da brauchst du erstmal noch ein kleines Zeichen hier. Und zwar das sogenannte Winkelzeichen. Ich schreibe mal auf Winkelzeichen. Winkelzeichen. Weil das ist ja immer so schrecklich langer, das aufzuschreiben. Also wenn man einen Winkel beschreiben möchte, da gibt es das sogenannte Winkelzeichen. Das sieht aus wie ein kleiner Alszeichen, hat dann aber hier noch so einen Kreisbogen da dran. Man kann sich das auch vielleicht vorstellen wie so ein Auge mit Wimpern im Profil. Muss man aber nicht. Also das ist das Winkelzeichen. Und dann kommt dahinter sozusagen deine Punkte. Also wir könnten jetzt diesen Winkel benennen D, S, B. Oder wenn du lustig bist, kannst du das auch umdrehen. Du kannst auch sagen, das ist das gleiche wie Winkel B, S, D. Das kann man also auch sagen. B, S, D. B, S, D. Was man nicht machen darf, man darf den Scheitelpunkt nicht an den Anfang setzen und auch nicht ans Ende. Weil der Scheitelpunkt ist ja in der Mitte und da muss er da auch in der Mitte stehen, wenn du den Winkel so angeben möchtest. Also das ist wichtig. Dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit. Du kannst auch, wenn du die Strahlen mit kleinen Buchstaben benannt hast, dann kannst du auch diesen Winkel definieren, indem du die Namen der Strahlen angibst. Das würde dann so aussehen. Winkel und dann muss man die in Klammern angeben. Und dann heißt der erste Strahl hier klein c und der zweite Strahl klein a. So kannst du das also auch aufschreiben. Dieser Winkel wird also definiert durch klein c Strahl und klein a Strahl. Okay. Jetzt machen wir mal eine neue Seite. Hier haben wir jetzt ein anderes Szenario. Du siehst meinen ersten Strahl. Der geht hier von Punkt a durch Punkt b ins Unendliche. Und meinen zweiten Strahl hier, der geht von Punkt c durch Punkt d ins Unendliche. Und das heißt jetzt, dass diese beiden Strahlen ja offensichtlich nicht den gleichen Anfangspunkt haben. Macht aber nichts, weil die schneiden sich. Das heißt, du hast hier einen Schnittpunkt. Und da, wo sich diese beiden Strahlen schneiden, was sehen wir? Wir erhalten hier einen Winkel und hier einen Winkel und hier einen Winkel und hier einen Winkel. Also wenn du das hier als deinen Scheitelpunkt ansiehst, hast du auf einmal vier Winkel drumherum. Ziemlich cool, oder? Jetzt könntest du mir mal sagen, ich nehme mir mal diesen Winkel hier vor. Kannst du dich noch an einen kleinen griechischen Buchstaben ändern, den ich hier mal reinschreiben könnte? Wir könnten den vielleicht b nennen oder d. Das griechische Pardon dazu wäre also zum Beispiel beta. Du könntest den Winkel beta nennen, wenn du willst. Oder wenn ich dich jetzt mal bitten würde, wie war das mit dem Winkelzeichen? Also du guckst dir diesen Winkel hier an und siehst, du hast also diese drei Punkte hier. Die müssten wir noch benennen irgendwie. Wie können wir die benennen? S ist immer gut. Schnittpunkt ist S und Strahlbeginn ist S und Scheitelpunkt und Scheitel ist S. Also wir könnten sagen, wir haben hier den Winkel von D nach S nach B. Könnten wir so aufschreiben. Also das wäre der Winkel DSB. Geht das auch noch anders? Ja, du könntest den natürlich auch von unten nach oben benennen. Das wäre auch erlaubt. Also du könntest sagen, das ist der Winkel. BSD. Das ist ganz legitim. BSD. Aber wie gesagt, wir dürfen diesen Scheitelpunkt nicht ans Ende oder an den Anfang verrutschen. Also du dürftest es nicht nennen. Du dürftest es nicht nennen. S, D, B. Weil dann kriegst du auf einmal irgendwie ein Dreieck raus. Siehst du das? Wenn du hier die Punkte D und B verbindest, dann hast du auf einmal nicht nur über einen Winkel, über den du dann sprichst, sondern hast du auf einmal ein ganzes Dreieck. Das wollen wir nicht. Als letztes noch. Wir können uns hier vielleicht mal klar machen, wenn du dir diesen Winkel hier anschaust. Hier haben wir auch einen Winkel. Wenn du dir diesen Winkel hier anschaust, dann sieht der doch irgendwie ziemlich eng aus. Verglichen mit diesem Winkel hier. Da ist ja irgendwie viel mehr Platz. Der ist viel mehr offen. Man könnte sich das vorstellen, der ist viel mehr geöffnet. Also wenn du dir vorstellst, das ist eine Art Zange oder sowas, dann kann man die Zange ganz aufmachen oder ganz zusammenbiegen. Und je nachdem, wie groß auf das ist oder wie klein zu das ist, benennen wir die Winkel noch mit verschiedenen neuen Namen. Yay! Das kommt aber jetzt im nächsten Video. Im nächsten Winkel. Ja. Von der Zangemeldung. Untertitelung des ZDF, 2020